Willkommen bei OneAppaDay. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Watch Faces. Bei mehr als 100 Downloads gibt es keine Durchschnittssterne-Bewertung. Die aktuelle Version ist die 1.0. Wie fast immer getestet auf der Galaxy Watch 5. Jetzt bin ich außer Atem. Es ist ein stilvolles und elegantes analoges Ziffernblatt für Wear OS. Analoges Ziffernblatt, Sekundenzeiger, einige Komplikationen, ein Always-On-Display-Datum, Batterie-Level wird angezeigt. Ihr habt also zum Beispiel oben den Batterie-Level, unten habt ihr eine kleine Komplikation oder App-Shortcut für Telefon, Samsung Health, was auch immer ihr wollt. Und rechts könnt ihr das Datum anzeigen lassen. Es gibt verschiedene Farben, was so ein bisschen an die Deutschlandflagge erinnert, aber was wohl nicht die Deutschlandflagge ist, weil es passt von den Farben her nicht. So ein bisschen pastellfarbig ist der Hintergrund. Das sieht durchaus ganz hübsch aus, finde ich. Jedenfalls nicht mein Everyday-Watchface, aber so ab und an gefällt mir das Spring MX-Watchface wirklich gar nicht mal so schlecht. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich. Ciao und bye-bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info at oaad.de, facebook.com slash oneappatag, gplus.eu slash oneappatag oder eine Ad-Menschen an twitter.com slash oneappatag. Das war One App A Day.